Der Hankook S1 Evo 3 ist unser Spitzenprodukt für den sportlich ambitionierten Fahrer. Das bedeutet, dieser Reifen bietet dem Fahrer ein sehr gutes Handelnniveau im Trocknen wie im Nassen. Aber natürlich ist er genauso sicher wie jedes andere Hankook-Produkt. Im Entwicklungsprozess haben wir einen vielfältigen Testprozess. Es beginnt immer mit den sicherheitsrelevanten Testkriterien, die wir intern auf einem Trommelprüfstand in sicherer Umgebung abtesten, sodass alle Hankook-Reifen die Sicherheitskriterien erfüllen, von Gesetzesanforderungen her. So mit unserem BENTUS S1 Evo 3, die Handlung ist gut. Es ist gut, wir verbessern viel mit der Wett-Breakung, der Wett-Breakung und der Komfort ist auch gut für UHP-Cars. So ich denke, wir finden eine gute Kompromisse für die finalen Kunden. Das heißt, wir fangen am baldzustand aus. Wir Left-Breakung. Das ist gut, das ist gut. Wir hacemosArpentru musik-Wettfangen. Wir Pilgr Festival darüber Operations-CD- nucleot?.